Hallo zusammen, mein Name ist Edon, ich bin im dritten Lehrjahr als Logistiker bei der Firma Engel in Wiel. Und mein Name ist Bianca, ich bin Logistikerin im zweiten Lehrjahr und zeige euch jetzt meinen Alltag hier in dieser Firma. Als ich die ersten vier Jahre in der Schweiz war, hat mich die Firma Engel viel mit meinen Deutschkenntnissen geschlossen, hat meine Sprachkurse offeriert und vor allem hat mich geholfen, dass ich mich daheim fühlen kann. Ohne die Logistik würde eigentlich gar nichts funktionieren. Wir sind zuständig, dass der Kunde immer die richtige Ware bekommt, dass unsere Ware am richtigen Ort eingelagert ist und dass immer genug Reserven von jedem Artikel vorhanden ist. Wenn du Logistiker werden willst, musst du körperlich fit sein, musst du teamfähig sein und auch noch gut im Matze. An meinem Beruf gefällt mir am meisten, dass man ständig in Bewegung ist, selbstständig arbeiten und vielseitige Arbeiten erledigen kann. Ich hoffe, wir haben euch einen guten Einblick gegeben und freuen uns auf deine Bewertung. Tschüss zusammen! Tschüss! Tschüss!